Die Berufsbezeichnung Erzieher beinhaltet in Wahrheit unzählige Tätigkeiten, denen die Berufsbezeichnung nicht ansatzweise gerecht werden kann. Ich bin Erzieher, also bin ich... La la, la la, la la, la la la. Ich bin Erzieher, Clown, Erzieher, Klon, Aufsichtsperson in Person, Spielplatzwächter, Ballpfannpächter und Großkirchenkostverächter. Zauberstäbe, Schnitzer, Schreiner, Schleifer, Kinderfantasy, Begreifer, Ziffermarkt, Kunde, Erklärer von Minute und Stunde, Elektro-Short, Roboter, Bauer, Lego-Architekte, Willentauer, Kühlkissen, Kühler, Haltergeber, Schmerzweck, Puster, Mitfühler, hey! Wir gehen spazieren in Gruppen, immer Hand in Hand, sind in der Dorf als Stile sehr wohl bekannt. Als Erzieher brauchst du Erfahrung. Nur die Kinder kriegen ein Stück Schokolade. Wenn dir nichts liegt an einem kindgerechten Bilderbuch, dann bist du höchstwahrscheinlich falsch hier in diesem Beruf. Wiederholen musst du dich oft, vielleicht hören sie dir zu. Wir singen Lieder, wir sind Erzieher. Wir singen Lieder, wir sind Erzieher. Slash-Innen. Außerdem bin ich... Nach-Erzähler, Kinderzähler, Schatzheber, Teichanleger, Gitarrenlehrer, Notenleser, Vorgesetztenignorierer. Frühstimm-Zubereiter, Asch für alles Mitarbeiter, Hausaufgabenwächter, Helfer, Prüfer und auch Gruppenleiter. Wetternabend- und Sommerfestplaner, Ernährungsberater, Orimals, Wasserexperimente durch Führer, Mittagessen, Servierer, Kids. Wir machen uns in Rollenspielen klein, sind ein Hund, Katze oder auch mal Schwein. Als Erzieher brauchst du Erfahrung, manchmal gibt es auch für uns Schokolade. Wenn dir nichts liegt an einem selbsterklärenden Versuch, dann bist du höchstwahrscheinlich falsch hier in diesem Beruf. Wiederholen musst du dich offen, vielleicht hören sie dir zu. Wir singen Lieder, wir sind Erzieher, wir singen Lieder, wir sind Erzieher. Slash-Innen. Ja, da ist noch mehr. Ich bin... Ansagenmacher, Feuereinfacher, Feenraketensteigenlasser, Ausflugsbegleiter, auch Dienstleister, Kindertröster, Aufräumer, Insektempfänger, Naturpädagoge, Wildaufhänger, Besucher einer Synagoge, Urlaubs- und Krankheitsvertreter, Vertreter, Filmler, Schütze, Jagd, Erfinder, Papier, Stelle, Papierbesteller, Schreiber, Länge, Notizbuch, Sommerfest, Beschallergruppen, Kassenverwalter, Außengelände, Prüfer und nach Katzen kurz an Kasten, wo ich siehe, Der Lautstärkepegel ist wirklich nicht ohne Schublade, Im Denken interessiert uns nicht die Bohne, Als Erzieher brauchst du Erfahrung, los, Erfahrung! Im Büro gibt es immer Schokolade. Wenn dir nichts liegt an einem rechts kurzen Spielplatzbesuch, Dann bist du höchstwahrscheinlich falsch hier in diesem Beruf. Wiederholen musst du dich oft, vielleicht hören sie dir zu. Wir singen Lieder, wir sind Erzieher, wir singen Lieder, wir sind Erzieher. Eine Strophe hab ich noch, ich bin... Buchvorleser, Schiedsrichter, Fährtenleser, Reste, Vernichter, Bastelbögensucher und Ersteller, Koch und Bäcker, Kekse lecker. Tischdecker und Abwischer, Trinkbecher, Befüller, Gruppenraumdurchtifter, Urlaubsantragsausfüller, Mundstifter, Spitzer, Holzschnitzer, Puzzeln, Murmelkartenspiele, Spieler, oft auch ins der Verlierer, Gönner, Ermahner, Moral, Apostel, Lügen, Baron und Gönner, Axelsachen, Herausgeber, Eingräber, Gewicht, Zeber, Rote Karten, Geber, Wetter, Erdlehrer und Leer. Proabwischer, Windelwechsler, Apfelfischer, Löter, Drexler, Stichversorger, Pflaster, Besorger und so weiter 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 und so weiter. Ihr wollt nicht mit uns tauschen, doch bei uns ist alles im Lot. Selbst bei Babyherkopf's Fragen werden wir nicht rot, wenn ein Kind ruft. Hilfe, ich find meinen Teddy nicht. Suchen wir mit, denn auch das ist unsere Pflicht. Und nochmal, bei uns ist alles im Lot. Selbst bei Babyherkopf's Fragen werden wir nicht rot, wenn ein Kind ruft. Hilfe, ich find meinen Teddy nicht. Suchen wir mit, denn auch das ist unsere Pflicht. Wir sind Erzieher, Slash-Innen, Gender, 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 Gender. Wenn dir nichts liegt an einem wunderschönen Kinderbuch, dann bist du höchstwahrscheinlich falsch hier in diesem Beruf. Wiederholen musst du dich oft, vielleicht dann sie dir zu hören. Wir singen Lieder, wir sind Erzieher, Slash-Innen, wir singen Lieder, wir sind Erzieher, wir singen Lieder. Wir singen Lieder, wir singen Lieder, wir sind Erzieher, Slash-Innen.